Hallo Hallo Wir spielen Battle Dines Das neue Spiel? Was gerade vor? Ist nicht neu Aber Ja es gab schon eine Demo raus Aber jetzt ist das Release Vom Spiel raus Für PS4, Für PC gab es schon glaube ich Weißt du? Ja für PS4 spielen wir gerade Das ist unsere erste Mission wir machen weil ich glaube ich kann mal es ist baumwolle ich weiß man bauen wollte ist das weiß ich tue gleich die katze unter deutlich dass wir katzen haben wir haben special edition wir haben kurz eingelöst wie wir bekommen haben und so haben wir packen warte ist schwarz meine sind gold es gibt noch regen wettel ich bin speckle antonische spüche mann sie mir ein kräftes bau 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 ab 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 ja aber auch mit level system mit kampf hat jetzt der ausrüstung ja alles klar kannst ich baue auch jedem holster so lange so lange tages greifen dich die monster scheinbar nicht an also gibt es die jahre wenn nachts kommt so blopft ja aber das wäre auch eine schlimmere Variante davon leise block ich mache mal so schnell das tutorial das nervt ach so die links oder der sie gedreht ein sehr okay ich muss noch ein da habe ich habe so ist sie geht alles was ich auch nur kann nur durch inventar durch unterreist mit automatischen lager nein das wird unten wie bei microsoft vorhanden stich ist es passiert dass in dritte person ist ein bisschen nervig das hat man nicht gesehen habt es aber einmal im inventar geht alles in den dreien er will meine ja eine stelle stelle zwei blaue portalsteine her ich bleibe mal der monster ja ich bin so dumm ich habe gerade ein heiliger eiltrag aus versehen ich habe ein ei bekommen echt das kannst glaube ich essen glaube ich ein herzchen und fahren wieder er zerstört diese dinge wie es gibt solche dinger trage sei leise du scheiß katze boah ich muss mal ein teile einstellen hab's vergessen ja wer ist denn was scheiß ähm solche krüge ja krüge solche lehm krüge wenn die zerstörten die magle wenn du die zerstörten kriegst du geld wie bei link also selda ja mach mal liebe zuschauer machbar für euch 15 minuten noch drauf ich habe schon die werkbank repariert hast du? ja ok partie 5 selder veredelte holzblöcke was mach ich schnell mal schloss ich bau gleich unser Haus schön an ich bin grad ein Dattes nur abbauen ich glaube ich hab den halben Blatt schon abgemäht abgemäht aber ja boah nein nicht winken der unbesiegbare charakter mit der Hand ja mit der Karate Hand oooohh ja das erhält mich irgendwie an die Folge mit Sponsprung k Rettlöcke und wenn es kein gesteckt hat m neuer von oben es wird nacht ich hab Angst gut n es wird nacht wir brauchen einen schönen dach wie war ist dein Bogen schon verbraucht? ja da kannst du ein Ding machen Schleifsteine ja wie viel? nur einer reicht glaube ich hallo Schleimi was machst du da draus? oh xp danke erstmal Antons xp Klon ach er ist still ein sperrkittel an was ist das denn? ah sperr ah ok kapiert was brauche ich dafür? wer wird drauf her skids ok hey wo kannst du das? bei der Werkbank drück einfach Quadrat bei der Werkbank wo ich bin ja für Schleifsteine brauchst du zwei äh steine du kannst ja ein Holzschweb machen ok ah ok ich glaube nur einer kann glaube ich bauen gleichzeitig? keine Ahnung ich platziere da mal den anderen da hin man kann Tränke bauen man kann es aber auch noch cool sein man kann Werkbank upgraden ja wieso? mal weil du kannst dich nicht also ich hau die Katze gleich raus leul ich hab ein blaues portal stein fort ja da kannst du ein portal man kann scheinbar ich glaube ich 50 decken woher weiß ich wieviel hast du denn? hm oh von den samen habe ich glaube ich die erfüllung von wolle aber ich hab jetzt nicht was noch wieso kann ich das nicht hier hin platzieren ah nur ein ok ok ich hab mal ein bisschen dies gemacht gut dacke ok platziere vier portal stellen in den leeren Platz ich brauche eine Baumwolle dann ok vergiss nicht die Baumwolle nachzuwachsen ich brauche so viele Baumwolle machen wir einen eigenen Garten auf dem wer mehr einen Garten hinten ok dann belastet mal jetzt brauchen wir nicht oder? Hessen braucht man gar nicht eigentlich na mal machen wir auch jetzt ein paar fuckeln Baumwolle ist am wichtigsten Platz hier mal random irgendwo weiß einfach ähm ich brauche Steine Warte äh äh die brauchen echt zwei Kisten oder nicht Kisten wahrscheinlich ich brauche noch einstein das war das was ihr besser findet hat mich schon glaube ich mal was sie schon richtung gewahrt ja voller rüstung ich bin auch verloser aber wo ja ich muss stimmt ja ich muss ich hab 50 rüstung sich lasst du dort muss nachschauen wo sieht man das wenn du auf richtung ist ganz oben links steht das sagen wir brauchen jetzt nur zwei ein paar portalsteine dann haben hast du schon ein spitz aber ich habe nur er da erbau der steine machen wieso habe ich eine kiste ich habe mir das bank sorry was monster ich habe mal ein bisschen wir brauchen sogar monster ich mache mal und den garten also was hast du da gesetzt alle bauen wollen aber essen brauchen wir nicht also es gibt mir kein essen doch es gibt essen karotten aber die brauchen wir erst später wenn wir halben mittel brauchen ich muss bewegung und geschwindigkeit erhöhen du musst dich ja intelligenter wenn das schon gegliedert ist schön machst du habe ich noch irgendwas ich hab schon ein portal steil dort hingesetzt muss man gehen ja aber jetzt so früh ich brauche nur ein paar monster dass ich blaue dinge habe das ist so nervig benutzen mal und was stellen wir uns her baue ne kiste mal also wir brauchen nicht mal unsere sachen und wo findest du unsere kisten hier sind schwebende inseln ja kann man dann irgendwann fliegen oder so du brauchst diesen kupfererz dafür müssen wir waren ja aber hier gibt es glaube ich kein kupfererz ich bin schon draußen ich bin schon draußen ich wollte feinde suchen da ist ein blog fetter arschloch ok auch nicht brauchen roten rubin für meinen stadt du brauchst 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 du auch scheiß sachen da war schon wirklich schwach soll ich für uns dann ach so mehr habe ich noch nicht genug anton wir brauchen glaube ich echt essen wieso ich habe noch drei herzen da musst du du musst die monster sporn ja herzen ja aber so wenig ein herz macht so ein viertel herz ein drittel meine ich das kann man sonst essen wir können bären essen oder pizza ich guck mal was man für zauberbar hat schon was ist das kann man sagen der flinklichkeit mächtiger helldrang stark einfacher okay ich habe schwacher helldrang ich habe weizen wie viel brauchen na du kannst das essen und bringt das was mach mal wo ist weizen ok der hat den cool down weizen schießt man so cool dann das bringt sich gar nichts man vielleicht brauchen wir was anderes aber ich weiß mir leichten trank herstellt brauchst du eine flasche die droppen die monster und diese roten bären wir brauchen also bären so viele sie sind wie viel hat die grünen ich habe hier wie kann man verheiltränke ich habe hier ich habe hier so lebt er wie viel ok was er ich muss nur steine farmen dann wird ich habe dann schon da oben dieser turm jaja da geht es runter und immer wenn es tag ist auf jeden fall hat mich angegriffen schade ich habe pp ich bin ich bei mir oder anton ich sehe nichts ich bin untergefallen fast ganz runter übertreibt nicht ok das ladet nach dauer weizen ist eh gut deshalb bin mir ein halben herz und ich muss die ganzen weil die ganzen walzlamen einsetzen walzen ist das das ist marag bäume ja und ich habe dich schon ich habe gewöhnt hause ich bin doch und hilfe kommen sich da raus doch ich habe aber wenig steiner ich bin grad nicht mal hoch es ist schon aus liebe zuschauer wir sehen uns nächste mal wenn ich überlebe diesen tunnel tschüss ich bin